ja ach geht mehr war aber nicht da gibt es das ist mit dir was erst drei Kills ja weil ich hab das Gegenteil warum hast du aber Gap, also Gavol, warum hast du so viele immer, was hast du für Waffe? ich spiel meistens halt mit so einer komischen Pissfil hier ja du hast die drei Schusswaffe die Kille, der ist auch viel, ich hab nur ne normaler Single jetzt kauft jetzt kauft aber nix hier weil wegen doch ich muss die AKU kaufen, ich hab keine Muni ich hab ich also ich hab kein Geld, ich hab keine Waffe ja aber wir müssen da durchrennen, wir brauchen so viel Geld, dass wir da durchrennen können ja das ist schon klar ja wie viel braucht man denn, 750 oder nicht? ja 750 brauchen wir nur ja, das kostet BK ja Alter, warum ich die schon wieder kaufen, ich hab schon ne Tür gekauft, hat irgendjemand von euch schon mal ne Tür gekauft? ja gar nicht, ich hab grad ne Waffe Munition gekauft, weil mir vorhin ey, ich hab nur die Triple, ich hab mir eben kurz Munition gekauft, mehr hab ich noch nicht ja wenn ich, wenn ich jetzt, der Gandalf muss jetzt kaufen, weil wenn ich mir die Waffe kaufe, hab ich nur noch am wenigsten Geld, also ja aber ich muss wieder auch kaufen ja du hast schon ne Waffe ich hab noch gar nichts kauft jetzt einfach irgendeiner ach scheiß drauf, ich mach los geh weg warte, warte, schaust dich überall, schaust dich überall wir sagen, haben den an ab dem, was, hab den Generator, den Grundsatz und der Hebel, wo ist der Hebel, wo ist der Hebel? sag, du musst mich schon hinlassen ach, ganz ehrlich, so kann man habt ihr den Hebel schon oder nicht? ne, ne schau, hier habt den Hebel, habt den Hebel nein, nein, hey, was ist denn das? in der Kirche, ich muss mir los, mir los, mir los weg los, muss man hier, ja, warte, fuck schweig jetzt ist mein gesperrt die andere Tür öffnet sich gleich, so bitte, so bitte, so die andere Tür öffnet sich der gleiche Umstand, da hinten raus, ich weiß nicht mehr genau wie man dahin kommt, aber kann man das, was uns raus kann, dann das schon offen, ja okay da raus da wird einfach weiter, jetzt, was machen wir? ja, ihr kommt da gleich noch so raus wie? ach, und gäb, 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 Achtung ja, sagt, super gäb ja, wenn ich nicht sehe warum siehst du nicht? ja, weil bei mir einfach die Grafiken fangen ach, schon mal mal also, ich bin drin, ne, also ich bin am Bus ich kaufe ein Grabstein, wir kommen uns auch das geht dir nicht aus, geht dir nicht aus, für uns geht dir nicht aus, dann das geht dir nicht aus, das geht dir nicht aus, das geht dir nicht aus, das geht dir einfach Stromanscher macht, dann ist er schon zum ersten Mal gehubt ja, aber ich komme jetzt so eh nicht rein komm 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 rested Everton kleiner immerhin mach die Tür, mach die Tür, mach die Tür erst alles offen bin drin ja, so aber auch ein Jungs alter da das mehr als er wird echt jetzt kann man das war jetzt wirklich knapp und wenn man diesen komischen Kriegskope Backhaus nutzt und schießt man immer gegen das mit Teilen auf so bisher so um korrekt die bis auf der Obersturzungserleiter hoch er hat der Koma kommt er hat sich nicht eingetroffen ich kann das nicht aber da kann ich nicht dass ein Blockarien wie so doch ich doch nicht verwendet es gibt es der Köln muss aber es ist nicht so wichtig und das wird er wurden gelingt der Meikin Mäikin 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 neu an die im Gegensatz zu kommen in der Weißer kann er zu sagen auch freikaufen wo ist er noch was muss man kaufen dass er muss einer verkaufen ein hier und jetzt hier kommen bei der oben wo es muss laura aus lange aber leute man kann diese wieder nicht kaufen das ist auch unfair ja doch gelten paar Zombies oder anwesert von wo ich kann es auch nicht kommen auch der Woche ich dachte dann muss 15.000 er auslösen 15.000 wer klar ja doch wenn er 1.500 so würde ich sagen sollen wir dann hier einfach hier bleiben oder wie machen wir das ich weiß nicht da wo die Grabsteine sind wär so gesehen am klügsten was ist denn der Grabstein ja letzte wo die letzte Station wo das Elektrozeugen gibt aber das Problem ist halt da ist es halt schwierig zu überleben auf dem Instakill sag das doch einer oder Instakill Instakill so Tresor aufmachen was ist denn Tresor da kannst du Waffen lagern ah so wie so wie im Kühlschrank ja dann macht man mit der Grenade auf ich höre hier nur Zombies sind zu uns überall ja sollen wir weiterlaufen sollen wir jetzt weitergehen oder sollen wir hier bleiben ja ich muss auch Juggernaut kaufen ich habe einfach nicht genug Geld ja ich ja auch nicht ja also wir kaufen uns auf jeden Fall erst Juggernaut bis alle Juggernaut haben bleiben wir hier ich hab Fager schon bis dieser Bus weiterfährt weil sonst verrecken wir ohne Bus recken wir echt ja hast du gerade die ganze Zeit gesehen oder na ich weiß ja nicht ich habe ohne Juggernaut verrecken wie er ich spiele dann sieht eigentlich nie ich will immer nur Schmerz oder so das ist ganz lustig Schmerz? das ist ein Schmerz das ist ja ein anderes Modus das ist ja ein Bestes Modus also fahren wir als Bus oder nicht ja ich würde auf jeden Fall Juggernaut erst haben ja okay dann wir mit dem Bus das ist ja wir können es nicht zweitens Blatt und dann wie man hier in der auf dem Bus um weil gerne eine weiterfahren oder solche Plan bei einem Betriebe er hat das kleine Reise so nach dem Dorf ich habe noch das ist das Thema gibt gibt er das nicht euer Ernst ich habe mich an der Notbieter die Köln Prozent die was soll ich nicht im Grafschein gekauft ein ein hallo was er auch erlebt ob es mich schläger und erwartet hatte ich ich probiere dich zu retten fahrrad ist auch viele Leute hallo ja ich probiere ganz ehrlich aber ich wollte mit der Prost bei der Euro ich habe die Bau weil ich habe mich verlaufen soll er und kriege ich gleich wenn ihr diese Runde überleben sollte man sagen wieder Oma und super rpd im Arsch ja super er wäre einfach eingeklemmt er lässt sich doch nicht in den Ecken ein klemmt ich habe das Gefühl das wird nichts wo kann ich mir ein B5 kaufen wo ist die Waffe ich habe keine Waffe ist hier nicht verschmerzt was auch bei der ersten Leute der und nur eine normale Waffe keine Ahnung ich habe auch noch nicht eine Waffe und auch hier drehen ich wollte gerade ein und so geht sich auf der sich aus er hat auch darauf weil er ist aber das ist keine oder oder die Waffe da ist keine eine nach super ja ich habe ich habe ich keine Waffe ich ich weiß nicht was ich machen soll er super er wird auch für die Wäste was er ist es ist es ist da hinten nicht irgendwo ein also der Kassel für den Text kaufen die Tür hier rechts ja das ist mir schon klar hinter der nächsten Zombie oder ja ich weiß wach hat ein paar auch gerne dass ich aber auch immer ein Körner ist ins Feuer weiter vor Ort jetzt geht es jetzt ist in der Nacht die Grenze naja der Springer Probe und das belebt nicht der Probe im Feld die sich auf geht es aus du stehst in der Lava Aber mit Shruggernaut macht das nicht so viel. Ja, das Witzige ist, hier gibt es einfach keine Waffen zu kaufen. Ja, ja, das ist ja das Dumme. Ja, bei mir ist alles so schwarz, das sieht man teilweise nichts.